okay 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 the last of us part 2 ist ein voller verkaufserfolg wer hätte das erwartet the last of us part 2 hat es bis jetzt mehr als 4 millionen mal verkauft bis zum 21 juni 2020 nach angaben von sony ist the last of us part 2 somit das sich bisher am schnellsten verkaufte ps4 exklusiv spiel gut das hat hier glaube ich jeder erwartet nachdem der erste teil unfassbar geil war und nachdem die ganzen reviews mit 10 von 10 und 100 von 100 rausgekommen sind es ist also nicht verwunderlich also es ist jetzt kein breaking news und nicht wirklich bahnbrechend aber wir müssen mal kurz schauen welche konsequenzen das mit sich bringen könnte und wie diese vier millionen mal verkauften einheiten entstanden sind und das seht ihr jetzt in diesem video damit grüße ich zu einem neuen video auf diesem kanal so wir diskutieren mal kurz die konsequenzen und wie alles so passiert ist so neil dragman vice president von naughty dog und director von the last of us 2 kommentiert im playstation blog wir sind die millionen fans auf der ganzen welt unglaublich dankbar die the last of us part 2 gespielt und ihre erfahrungen in der letzten woche mit uns geteilt haben wir wollen eine neue art von geschichte wir wollten eine neue art von geschichte erzählen die sich mit schwierigen themen befasst und euch auf eine unerwartete weise herausfordert dragman war das war unglaublich schön zu hören wie das bei so vielen von euch anklang fand außerdem sind wir begeistert welche art von nachdenklichen diskussionen die sich bei die sich bei euch ausgelöst hat wir freuen uns täglich an eurer kreativität wunderschönen fotos dank dem fotomoods und werfende gameplay gifs oder die songs die ihr mit ellis gitarre aufgenommen habt okay ich weiß jetzt nicht welche nachdenkliche diskussion er meint ich bin ja gerade bisschen vollkommen verwirrt ich weiß nicht welche nachdenkliche diskussion er meint ich habe gar keine ahnung ich komme nicht darauf was er meint jede diskussion die du mittlerweile findest auf youtube dreht sich um das spiel aber nicht in positiver art und weise sondern in einer negativen art und weise die ganzen lügen die aufgetaucht sind die ganzen copyrights gegen youtube kanälen dass twitter kanäle gespur gesperrt wurden dass reddit user gesperrt wurden nur dass leute gesperrt wurden für meinungen für memes für dies das und jenes also ich weiß jetzt nicht genau welche nachdenkliche diskussion er meint aber kommen wir jetzt mal kurz zu diesem video und kommen wir kurz mal darauf zu sprechen wie das alles so entstanden ist denn shirako hat ein zweiminütiges video gemacht der das wunderbar alles zusammenfasst shirako wunderbares video muss ich zugeben gucken wir uns das mal an eine million abonnenten ihr könnt mal seinen kanal auschecken ist wunderbar und ich würde sagen dj let's stop the tech real quick boy let's go dj let's drop the trick what the hell are you doing here you think i'd let you do this on your own i think i'd let you do this on your own die last of us is about the these two characters put some faith in us trust us we're gonna do right by you so damn straight trust trust everybody naughty dog we care about this story more than anybody oh what the fuck dude what's wrong with you how much worse can they make it jesus christ feels pretty messed up to kill a dog especially when you hear it yell you didn't have to kill a single dog in this scenario i don't know if anybody did that here but you don't have to you don't have to kill a single dog 10 hours of abby 10 wait what yes it's real yes you're gonna play the next 10 hours i would not have given the last of us part two a 10 out of 10 jeremy coming to you with another video and today i just got hit with a dmca from naughty dog there's a sequel so that's was the video from shirako wonderful you can check out his channel here see you Also das sind die ganzen lügen die naughty dog aufgedoh die naughty dog aufgetischt hat angefangen davon dass die einzige spielbare charakter sein soll falschen trailer dass die geschichte sich um joel und ali drehen soll dass kein hund getötet werden soll und so weiter und so fort sind alles Lügen, die Naughty Dog aufgetischt hat. Und somit kommen die 4 Millionen verkauften Einheiten zustande. Gratulation. Und wenn du das siehst, den Erfolg, den dieses Spiel hat und noch haben könnte, können sich jetzt Firmen so viele, können sich so viele ein Beispiel daran nehmen. Ich meine, EA bestimmt hat sich schon Notizen gemacht, wie das funktioniert. Hundertprozentig. Ich kann mir auch vorstellen, dass Ubisoft sich schon Notizen gemacht hat. Oh, wenn wir das tun, vielleicht kommt das auch auf diesen Erfolg, den wir haben. Oder auf den Erfolg, den wir wollen. Und das ist das Problem. Es wurde komplett gelogen von Anfang bis Ende. Falsche Trader, falsche Werbung, falsche dies, falsche jenes. Ich meine, das ist unfassbar. Dieser gesamte Erfolg wurde auf Lügen aufgebaut und auf nichts anderes. Gratulation Neil Drugman, du hast es geschafft. Und du hast es nicht rausgebracht, es ist The Last of Us 2, sondern wir sind die größten Liars. 2 Ich meine, das ist großartig. Ich meine, das ist wirklich, ich meine, das bewegt mein hart. Ich meine, das ist unfassbar geil. Für mich, das Spiel ist eine einzige Enttäuschung. Es gibt nur noch Fans, die das lieben und Fans, die das Spiel verteidigen bis zum bitteren Ende. Ich glaube, wer das tun will, soll das tun. Aber das hier ist noch mein größtes Problem. Neil Drugman, we laugh and respect our fans immensely, but just in case it needs to be said, laugh first, respect on panel. Ach, du scheiße. Also, ich bin durch mit Naughty Dog. Ich bin fertig mit den Leuten. Wenn you cuck man nicht mehr da ist, dann kümmere ich mich wieder um die Leute. solange dieser Typ noch da am Start ist mit Heli Gross und die gesamte Company. Ich bin raus. Ich bin mir scheißegal, was man rausbringt. Von mir aus bringt Uncharted 5, 6, 7, 8, 9. I'm done. Ja, ich bin fertig mit Leuten. I'm so sick and tired of this. Ey, leckt mich doch am Arsch, Mensch. Ehrlich, macht euren Scheiß. Ich bin raus. Ehrlich, das, was ihr abgezogen habt, war für mich das Letzte. Gott sei Dank blieb mein Kanal entfernt von irgendwelchen Strikes und auch mein Twitter-Channel. Thank the good Lord for that. Aber der Rest, Junge, leckt mich halt am Arsch. Bis dahin, haut rein und tschüss.